Willkommen zurück zu Lego Harry Potter Jahre 1-4. Wir sind in der Winkelgasse und sollen uns einen Zauberstab besorgen und deswegen gehen wir mal durch die schöne Winkelgasse und genießen die herrliche Harry Potter Atmosphäre und hier gibt es irgendwas zu tun für Hagrid. Was machen wir doch so gleich? Was hat er dann da runter geholt? Achso, Harry soll da rauf. Ah. Nein. Nein. Der war automatisch schon ausgewählt. Was ist da oben? Ron? Ron. Ron. Wir haben Ron gefunden. Man soll Ron finden? Okay, man kriegt irgendwie was Tolles, wenn man Ron findet. Wo kann ich jetzt hinspringen? Ich will da oben hin. Und da komme ich sogar hin. Ja, ich weiß, dass Harry ausgewählt ist. Was soll mir das denn sagen? Das ist ja geil, dass man hier oben rumjumpen kann. Malfoy nervt nicht. Da oben ist noch irgendwas zu tun. Wo ist Hagrid? Hagrid. Hier ist alles noch so lila. Da oben ist irgendwas Lilanes gewesen. Nein. Ja, ist noch was. Das wollte ich. So. Jetzt schmettern wir auch alles. Und wo ist jetzt der Ollivander-Dings? Wir wollen ja nicht zurück. Wir müssen irgendwo reingehen können. Ach, der kann da rein. Oh, lustig. Harry ist gefangen in einer Holz... Äh, wie nennt man das nochmal? Tonne. Nee, man soll sehen, dass ich eine Narbe habe. Hier kann man Eulen kaufen. Was war das denn jetzt? Da kamen Tentakeln aus dem Keller. Ach, hier sollen wir rein. Da ist ein dicker Pfeil. Oh. Yay. Wir haben unseren Zauberstab bekommen. Und ne Eule. Und nen alten Hut. Wieso kriegt der denn jetzt nen Hut? In Wirklichkeit kriegt er doch gar keinen Hut. Harry übertreibt mich. Level abgeschlossen. Freiespiel freigeschaltet. Yay. Aber das Hauswappen haben wir nicht fertig gekriegt. Nö. Wahrer Zauberer. Zu 88%. Hm. Das muss noch besser werden. Das muss noch besser werden. Ich war noch nicht gründlich genug. Schüler an Gefahr. Yay. Okay. Goldener Stein. Ein. Zwei. Fertig. Fortsetzen. monkey. Ich bin gan av. Nee. Wirklich. Ichrek. Mögel. Siell ab. Ich bin gesund. Ink sahne. dünyaste. Gleis neun Dreiviertel. Hermine weiß mal wieder alles besser. Oh, oh! Oh, oh! Oh! Ravenclaw! Slytherin! Tja, wer ist dran und wer soll in welches Haus? Gryffindor! Von wegen. Nicht Slytherin, nicht Slytherin. Gryffindor! Aha! Ach, und da sind wir endlich in Hogwarts. Ist das toll! Und wir müssen uns jetzt noch mehr Mühe geben, anscheinend. Mit dem Münzen einsammeln, weil das hat ja anscheinend nicht gereicht. Halte X gedrückt, um auf die Spinnweben zu ziehen und zu schießen, damit die Tür geöffnet wird. Aha! Oh! Oh, ich kann aber auch einfach die Betten in die Luft jagen, anscheinend. Mhm. Yay! Okay. Wie komme ich denn da oben ran? Mhm. 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 Was man hier alles immer machen kann, ist unglaublich. So, man könnte einfach direkt immer weitergehen. Oder... Oh, das will ich haben. Aber wie? Äh... Komm! Yay! Goldene Steine! Zwei! Drei von 200! Und den haben wir uns auch. Jumpen! Das macht Spaß! So. Jetzt spielen wir mal Ron. Der muss ja auch mal drankommen. Was kann der? Kann Harry in die Luft jagen? Oder was? Achso, der kann denselben Kram machen wie er. Aber wir können auch die Ratte benutzen. Was macht denn die Ratte jetzt? Kretze! Die eigentlich Wurmschwanz ist. Was mache ich denn jetzt mit dem? Äh, 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 was denn jetzt? Du, mach das mal alles ordentlich hier. Mhm. Hat die Klappe da hinten. Ich muss jetzt hier... Überlegen wie ich das, äh, wieder ordentlich mache. Wir hatten da nichts rum auf die Spinnenweben. Okay, äh, Spinnenweben. Ja, das weiß ich schon. Aber... Dann geht's ja schon wieder raus. Und das wäre ja auch blöd. Und Ron Hogwarts freigeschaltet. Yay. Okay. Du hast einen neuen Charakter freigeschaltet. Geht zurück zu Madame Malkwin in die Winkelgasse. Warum? Komm, wir benutzen noch mal Kretze. Was kann Kretze denn, was die anderen nicht können? Wir können hier rumkriechen. Wir müssen das Ding doch auch mal aufbauen da. Kretze? Kretze? Was machst du hier eigentlich? Ach komm. Das funktioniert nicht. Oh! Den ganzen Ofen können wir hier in Gang bringen. Hm. Irgendwie verstehe ich nicht, also wir müssen doch so Wingardium Leviosa mäßig irgendwie was machen können, damit wir die Sachen aufbauen können. Ja. Die zuckeln jetzt hier alle schön. Wingardium Leviosa. Hm. 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 Ja, irgendwie wird das hier nix, ne? Hm. Hm. Tja. Ich weiß nicht, wie man die Sachen aufbaut. Komm mal mit, Ron. Oh, da ist Hermine. Das ist ja toll. Oh, da ist Hermine. Wir machen mal alles raus hier. Bestimmt ist auch oben noch was. Oh. Was haben wir denn hier? Eine Kommode, die alles frisst. Aha. Äh. Äh. Das ist aber eine lustige Kommode, die von alleine aufrollen. Tschüss. Oh, das tut mir leid, ne? Hilfst du, deine Noten, eine Belohnung zu erhalten. Hm. Komm. Genau. Mach ihn mal wieder frei. Ron. Du mega Zauberer, du. Drücke ich so ein Gemälde mit orangefarbenen... Jo. Kann die Kommode zu Ende essen. Schüler in Gefahr. Yay. Nee, wach mal auf hier. Bist hier in der Schule, du sollst was lernen. Nur das mit dem Wingardium-Ding verstehe ich nicht. Warum die das nicht können. Was ist eigentlich mit Hermine? Hermoine? Genau. Hermine müsste mal bestimmt freigeschaltet werden durch irgendwas. Hahaha. Das ist so süß, das Spiel. Mhm. Und das Schachspiel hatten wir auch noch nicht. Yay. Und das spielt jetzt von alleine Schach. Wir können hier alles anzaubern, anscheinend. Dann fehlen auch noch die Bücher. Der noch. Wir können noch wegflattern lassen, die Bücher. Hermine. W-w-w-w-w-wie machen wir das mit dem Wingardium-Giviosa-Kram? So. Da ist Gryffindor-Junge. Freigeschaltet. Toll. Aber was ist mit Hermine? Tja. Weiß ich nicht. Was denn? Kannst du auch nochmal? Hm. Nö. Nö. Also das können wir nicht mehr machen. Können wir das noch machen? Haben wir schon. Nö. Dann lass uns mal los. Spielen wir weiter mit Hermine hier. Ja, lustig. Kann er euch alle anzaubern. Geister werden dich durch Hochwurz leiten. Folge der Spurs Geister-Dingens. Ja, das machen wir mal. Der geht nach links, deswegen gehen wir nach rechts. Ganz klar. Ein bisschen länger halten. Vielleicht. Na gut, wir folgen ihm mal. Aber wir können immer noch kein Wingardium-Giviosa machen. Was denn? Hier, nervt man nicht rum. Ihr faulen Schüler. Können wir das hier irgendwie aufzaubern? Ja. Noch so ein Ding. Ron, Harry, macht euch bitte nützlich. Dann können wir das auch machen. Dann haben wir nochmal zwei. Schön. Schön, schön. Drei von fünf. Oh, ich bin hier an dem Falschen vorbei noch. Nein. Geht doch mal aus dem Weg. So, vier von fünf. Sie erschießt hier immer irgendwelche Schüler. Das ist nicht so toll. Das wollte ich auch da gar nicht. Fünf von fünf. Und so ein goldener Stein. Nein. Das wollten wir doch erreichen. So, Harry ist mal wieder dran. Kann der hier eigentlich auch mal irgendwo... Weg da. Ja, gut. Dann gehen wir weiter. Hallo. Hey. Wir gehen die Treppe runter. Tja. Können wir hier jetzt schon noch was machen? Nein, ihr sollt euch nicht gegenseitig bekämpfen. Das ist keine gute Idee. Drücke B, um Kretze freizulassen. Kretze kommt. Oh, Kretze kann jetzt hier in die Rohre. Ach so. Oh. Das ist nicht gut. Ist das eigentlich Dumbledore? Soll das Dumbledore sein? Keine Ahnung. So. So, können wir hier was machen? Es tut euch doch nicht immer weh. Jetzt winken wir wieder. Okay. Du kannst auch winken. Und alle mal winken. Juhu. Alle haben gewunken. Na. Was ist da hinten? Oh. Da ist der Geist. Ach so. Dem sollen wir folgen. Ja, aber hier haben wir auch einen. Und immer noch kein Wingardium Liviosa. Sowas aber auch. Und folgende Statuen. Die wir erstmal nochmal hier. Die wollen wir uns ja nicht entgehen lassen. Die Punkte. Ah. Jee. Das ist ja cool. Kriegen wir dafür irgendwie extra coole Punkte? Nein. Natürlich nicht. Ah. Dann gehen wir da mal hin. Folgen den Geistern aus Hogwarts. Genau. Lass mal was fallen. Hm. Ne. Okay. Da können wir nicht viel machen. Harry. Was kannst du tun? Können die Blumen. Die Blumen haben wir da hinten. Geh zum Unterricht, um mehr Zauersprüche zu erlernen. Ja. Dann können wir nämlich Wingardium Liviosa. Ja. Und da können wir jetzt nicht viel machen, ne? Das ist natürlich doof. Aber immerhin können wir das. Leute, sammelt alles ein. Mhm. Mhm. Wuh. Was haben wir hier? Schönes? Noch so ein Ding. Oh. Schnuckelig. Da ist so ne Kranke. Immer mehr Punkte. So soll's sein. Punkte sammeln. Können wir hier jetzt was machen? Ja, können wir. Ui. Jawoll. Ist ja toll. Tja. Was ist mit der Kerze? Die fliegt da nur so rum. Da können wir nichts machen. Wahrscheinlich müssen wir erstmal jetzt Zauersprüche lernen, ne? Können wir mit dem Gemälden noch was machen? Jo. Man kann ja hier alles Mögliche machen. Geh da weg, Hermine. So, dann gehen wir da mal hin. Sind wir jetzt hier richtig im Zauberspruchraum? Hm. Da soll's weitergehen. Und wir gucken uns erstmal noch um. Können wir da hin? Ne. Da kommen wir gar nicht lang. Hier können wir noch was machen. Die Tische noch ein bisschen was hergeben. Da ist auch der Geist. Folge dem Lehrer durch die Tun, um die Unterrichtsstunde zu beginnen. Hm. Oh, willst du den Apfel haben? Ja, musst du Wingardium Leviosa lernen. So bist du denn hier auf der Zauberschule. Mann, Mann, Mann. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir gehen dann einfach mal rein in den Unterricht im nächsten Part von Lego Harry Potter. Danke fürs Zuschauen und bis dann. D